Es gibt einige Themen, die müssen Sie unbedingt für sich behalten. Sprechen Sie mit niemandem darüber, schon gar nicht mit Nachbarn oder mit Arbeitskollegen, denn sonst werden Sie von den anderen nicht mehr ernst genommen oder Sie werden von den anderen verspottet oder Sie werden sogar gemobbt. Und es gibt ein Thema, das sollten Sie sogar für Ihren Partner oder Ihrer Partnerin geheim halten, denn sonst riskieren Sie, dass die Beziehung den Bach untergeht. Ich verrate Ihnen alles darüber. Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Autor des Buches Den Netten beißen die Hunde und Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie Tag für Tag durch Ihr Jahr begleitet und mit Tipps inspiriert. Link zu den kostenlosen Probewochen unter diesem Video. Ich möchte das Video mit ein paar Testfragen an Sie beginnen. So können Sie herausfinden, wie Sie es bislang mit Ihrer Offenheit halten. Und danach werde ich Ihnen meine Einschätzung nennen und von Fällen aus meiner Praxis erzählen, in denen die Offenheit für einen großen Schaden gesorgt hat. Also Frage 1. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein gesundheitliches Problem. Zum Beispiel springt Ihr Herz immer wieder aus dem Rhythmus. Deshalb passiert es öfter mal, dass Sie nicht zur Arbeit gehen können. Die Kollegen und Kolleginnen fragen sich, was denn mit Ihnen los ist. Sie haben sich entschlossen, eine Operation durchführen zu lassen? Frage. Sprechen Sie das Thema offen an? Oder machen Sie es mit sich selber aus? Zweite Frage. Sie sind am Boden zerstört, weil sich Ihr scheinbarer Seelenpartner als Narzisst herausgestellt hat. Nun hat es gekracht, es ist zu einer Trennung gekommen und die Ringe um Ihre Augen, die sind bald so groß wie olympische Ringe. Werden Sie den Kollegen erzählen, was passiert ist mit Hinweis auf den Narzissmus? Oder behalten Sie diese private Katastrophe besser für sich? Und hier die dritte Frage, ehe ich Ihnen gleich meine Einschätzungen liefere. Durch einen glücklichen Zufall, durch eine Erbschaft, mit der Sie niemals gerechnet haben, verfügen Sie plötzlich über eine riesige Summe an Geld, sagen wir mal eine Million Euro. Nun überlegen Sie, ob Sie dieses Thema mit den engsten Kollegen und mit befreundeten Nachbarn ansprechen sollen oder ob es besser ist, die Erbschaft hübsch für sich zu behalten. Wie entscheiden Sie sich? Vierte Frage. Sie waren so unvorsichtig, zwei Glas Bier vor einer Autofahrt zu trinken und tatsächlich, Sie geraten in eine Polizeikontrolle. Ihr Alkoholwert, der liegt knapp über der Grenze, also verlieren Sie Ihren Pappendeckel. Für die Arbeit benötigen Sie den Führerschein nicht, aber Ihren Kollegen, den wird natürlich auffallen, dass Sie morgens jetzt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Frage. Werden Sie darüber sprechen, dass und wie Sie Ihren Führerschein verloren haben? Und hier noch eine fünfte Frage. Dann folgen noch zwei, ehe Sie anhand meiner Auflösungen prüfen können, ob Ihre Offenheit gefährlich ist oder sich in einem gesunden Rahmen bewegt. Also Frage 5. Ihre Gedanken, die trüben sich immer mehr ein. Es fällt Ihnen schwer, morgens noch aus dem Bett zu kommen. An schlechteren Tagen denken Sie sogar darüber nach, ob Ihr Leben überhaupt noch einen Sinn ergibt. Ein Psychologe, der diagnostiziert bei Ihnen einen Hang zur Depression. Sie können weiter zur Arbeit gehen, sollen aber sehr achtsam sein. Nun überlegen Sie, ist es klug, dass ich über dieses Problem mit meinen Kollegen und meinem Chef rede oder behalte ich es besser für mich? Und hier meine sechste Frage. Eine Kollegin erzählt Ihnen immer wieder intime Details über Ihr Liebes- und Sexleben. Die Geschichten sind sogar spannend und es gibt einige Parallelen zu Ihnen. Sie sind versucht, hier und dort auch eine eigene Erfahrung beizusteuern. Schließlich hat sich die Kollegin ebenfalls geöffnet. Tun Sie es tatsächlich oder lassen Sie es besser bleiben? Und hier noch eine siebte und letzte Frage, ehe meine Einschätzungen folgen. Sie finden sich nicht besonders attraktiv. Das war schon immer so. Wenn Sie vorm Spiegel stehen, können Sie einfach mit Ihrem Gesicht und Ihrem Körper wenig anfangen, sich nicht damit anfreunden. Sagen wir, Sie finden Ihre Nase zu groß. Und weil Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin über alles reden, wollen Sie auch dieses Thema einmal anschneiden. Frage, ist es in Ordnung, sich darüber auszutauschen oder wäre das ein großer Fehler? Und jetzt folgt meine Auflösung im Schnelldurchlauf. Mal gespannt, ob Sie mit meinen Einschätzungen einverstanden sind oder ob Sie ganz andere Antworten gefunden haben. Erstens, machen Sie die Herzrhythmusstörungen publik und die anstehende Operation? Mein Tipp lautet, tun Sie das am Arbeitsplatz besser nicht. Ich kann mich an eine Klientin erinnern, die in dieser Situation sehr offen war. Später hat sie es dann bereut, denn die ganze Firma sprach Sie nicht mehr als Spezialistin für Ihr Fachgebiet an, sondern nur noch als Herzpatientin. Und ein Kollege, der anderer Meinung war, der begann seine Argumentation beim Meeting sogar mit dem Satz, ich hoffe, das schadet jetzt nicht deinem Herz, aber... Deshalb sage ich, wenn Sie einen vertrauensvollen Vorgesetzten haben, weihen Sie ihn ein, aber halten Sie die spezifische Information ans Team allgemeiner. Sprechen Sie von einem gesundheitlichen Problem, maximal von einem Problem mit dem Herz-Kreislauf-System. Je abstrakter Ihre Beschreibung, desto schneller wird das Thema wieder abgehakt, sobald Sie wieder auf dem Damm sind. Und hier meine Meinung zum zweiten Fall. Sollten Sie über die Trennung von einem Narzissten sprechen? Eine Klientin von mir, die hat das am Arbeitsplatz getan und das Ergebnis sah so aus. Als sie später mit einem Kollegen in Streit geriet und diesen kritisierte, war ihr an den Kopf geworfen worden von ihm, nicht jeder, der die Welt anders sieht als du, ist deshalb ein Narzisst. Indirekt hieß das wohl, die Trennung geht auf deine Kappe, der andere, der war gar kein Narzisst. Ich empfehle Ihnen, wenn es zu einer Trennung kommt und dieser Vorgang für die anderen offensichtlich ist, etwa weil sie ihren Kopf unter dem Arm tragen, dann können Sie diese allgemeine Information ja weitergeben. Aber auch nur dann, denn besser wäre es, das mit sich allein auszumachen. Wenn Sie jedoch Details ausbreiten, warum wer wen verlassen hat, wenn Sie zum Beispiel Vorwürfe gegen einen Narzissten erheben, egal wie berechtigt diese Vorwürfe sind, dann bekommen Ihre Kollegen oder auch Bekannten einen Einblick in Ihr Leben und in Ihre Seele, der viel zu weit geht. Das fällt Ihnen später auf die Füße. Die meisten Menschen, die in einer solchen Situation verständlicherweise Luft ablassen wollen, die bereuen das schon Tage später. Darum sollten Sie Ihre Zunge hüten, finde ich. Und jetzt zum dritten Fall. Sie haben eine Million geerbt. In Amerika könnten Sie das vielleicht mit Kaffee und Kuren beim Arbeitsplatz feiern und alle würden sich mit Ihnen freuen. In Deutschland jedoch, da herrscht eine Neidkultur und Sie müssen damit rechnen. Die anderen werden nicht hören, dass Sie eine Million reicher geworden sind, sondern die anderen werden nur hören, dass Sie die Kollegen nun eine Million weniger als Sie besitzen. Nicht ausgeschlossen, dass Sie fortan gemieden werden, gemobbt werden oder als Geldverneuer angesprochen. Sogar dienstliche Konsequenzen sind in einem solchen Fall möglich. Das habe ich selbst erlebt. Ein Klient von mir, der in München zuvor das Haus seiner Eltern geerbt hatte, der bekam von seiner Führungskraft in der Gehaltsverhandlung gesagt, Sie haben doch jetzt ausgesorgt. Hier sind mal die jüngeren Kollegen dran. All diese negativen Effekte, die wollen Sie ganz sicher nicht. Deshalb lautet mein Rat, reden Sie über eine solche Erbschaft nur mit sehr, sehr engen Menschen, bei denen Sie ganz sicher wissen, dass Sie sich mit Ihnen freuen und keinesfalls neidisch sind. Und da sind wir schon beim vierten Fall. Sie haben den Führerschein wegen Alkohol am Steuer verloren. Einen solchen Fall habe ich auch erlebt und der betroffene Mitarbeiter, der ging damit sehr offen um mit der Begründung, das hätte auch anderen passieren können. Der Schuss, der ging gewaltig nach hinten los. Die Gerüchte über seinen Führerscheinverlust, die pflanzten sich bis in alle möglichen Abteilungen fort. Und schließlich wurde er zu seinem Chef zitiert und darauf hingewiesen, dass es der Seriosität des ganzen Bereiches schade, wenn ein Mitarbeiter als verkappter Alkoholiker gelte. Verkappter Alkoholiker. Wie gesagt, der Mann hatte zwei Bier getrunken. Das Problem war nicht der Alkohol an sich, sondern dass er in diesem Zustand noch ins Auto gestiegen war. Deshalb lautet mein Tipp, wenn Sie den Verlust des Führerscheins nicht aus dienstlichen Gründen erklären müssen, behalten Sie das unbedingt für sich. Leider wird menschliches Versagen gerade im Arbeitsumfeld oft nicht als wertvolle Lektion betrachtet, sondern als ein Fußabdruck des Charakters, den man auch auf andere Felder übertragen kann. Und da sind wir schon beim fünften Fall. Sie haben sich eine Depression eingefangen. Und in diesem Fall lautet meine Antwort eben nicht, dass Sie keinesfalls darüber reden sollten. Vielmehr rate ich Ihnen. Sprechen Sie mit Ihrem Psychologen darüber, ob es Sie mehr belastet, wenn Sie bei der Arbeit die Karten auf den Tisch legen oder ob Sie das vielleicht sogar entlastet. Ich habe mehrere Fälle begleitet, in denen Menschen fast daran zerbrochen sind, dass Sie bei der Arbeit immer Stärke vorspielen mussten, immer gute Laune vorspielen mussten und Ihre Depressionen, die mussten Sie verheimlichen. Aber ich sage, in diesem Fall geht es in erster Linie darum, dass es Ihnen gut geht, dass es Ihnen besser geht. Es geht nicht in erster Linie um den Arbeitsplatz und um die Sicherung des Arbeitsplatzes. Und das Leben, das Sie sichern, das ist natürlich viel, viel wichtiger. Deshalb lautet mein Rat an Sie, wenn Sie damit wirklich klarkommen, dieses Problem für sich zu behalten, dann tun Sie es. Das ist vielleicht sogar der beste Weg. Wenn Ihnen das jedoch nicht gelingt, dann suchen Sie ein vertrauensvolles Gespräch mit Ihrer Führungskraft und entscheiden Sie gemeinsam darüber, inwiefern es sinnvoll ist, das ins Team zu kommunizieren. Das Wort Depression muss nicht unbedingt fallen. Auch eine Formulierung wie seelisch angeschlagen, dies vollkommen in Ordnung und jeder ahnt, was damit gemeint ist. Damit bin ich beim sechsten Punkt. Sollten Sie aus Ihrem Liebes- oder Sexleben berichten, nur weil eine Kollegin oder ein Kollege es auch tut? Klare Antwort. Lassen Sie das unbedingt bleiben. Diese intimen Details, die gehören nicht an den Arbeitsplatz, sonst laufen Sie Gefahr von den Kollegen nicht mehr, in Ihrer beruflichen Rolle, sondern als Casanova oder Aphrodite gesehen zu werden. Und Sie glauben ja gar nicht, wie gern Menschen über dieses Thema tratschen, vor allem Zeitgenossen, deren Liebesleben etwas langweilig ist. Die sind erfahrungsgemäß die besten Multiplikatoren für solche Anzüglichkeiten. Am Arbeitsplatz wollen Sie nicht für Erfolge in der Liebe, sondern für Erfolge im Geschäft gefeiert werden. Und jetzt noch die siebte und die besonders spannende Frage, die sich ja auf eine Beziehung bezieht. Sollten Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin darüber sprechen, was Sie an sich selbst nicht schön finden, zum Beispiel die Nase? Einerseits sage ich, Sie sollten mit Ihrem Herzensmenschen über alles, wirklich über alles sprechen können. Andererseits gebe ich Ihnen zu bedenken, was Sie über sich selber sagen, das beeinflusst die Wahrnehmung des anderen. Vielleicht hat er Ihre Nase bis dahin hübsch gefunden, aber je öfter Sie davon sprechen, die Nase sei so groß, desto mehr teilt er mit der Zeit genau diese Meinung. Wir alle kennen diese selektive Wahrnehmung. Zum Beispiel entdecken wir vor einem wichtigen Termin einen winzigen Flecken auf unserer Kleidung. Und je länger wir auf diesen Flecken schauen, desto unübersehbarer scheint er uns. Ich kenne eine Bewerberin, die um einen solchen Fleck auf ihrem Rock zu beseitigen, kurz vor dem Vorstellungsgespräch ins WC gegangen ist und dort mit Wasser wie verrückt gerubbelt hat. Mit dem Erfolg, dass sie einen großen, unübersehbaren Wasserfleck auf dem Rock hatte und damit ins Vorstellungsgespräch musste. Und das ist dann wirklich negativ aufgefallen. Darum lautet meine Empfehlung, wenn Sie kleine Mängel an sich entdecken, dann probieren Sie doch erst mal selbst das Ganze mit Liebe und mit Güte zu sehen. Sie sind schön mit allem, was Ihre Einmaligkeit ausmacht, Ihre Nase, Ihren Ohren, Ihren Gesichtszügen, Ihren Haaren, Ihren Gedanken. Sie sind schön mit einfach allem. Und wenn Sie Frieden mit sich selber schließen, besteht der Bedarf erst gar nicht, einem Liebespartner den vermeintlichen Mangel mitzuteilen. Denn heimlich geht es bei einer solchen Mitteilung ja nur um die Abhängigkeit von einer äußeren Bestätigung. Der andere soll natürlich sagen, deine Nase ist eben nicht so groß. Deine Beine sind eben nicht zu krummen. Aber solange ich selbst der Meinung bin, krumme Beine zu haben, kann mir das kein anderer auf dieser Welt ausreden. Und je öfter ich es anspreche, desto mehr wird meine Partnerin es unbewusst genauso sehen. Deshalb rate ich Ihnen in diesem Fall dringend, behalten Sie das als Geheimnis für sich so lange, bis Sie inneren Frieden mit sich geschlossen haben. Und dann hat sich der ganze Redebedarf überhaupt erledigt, denn dann sind Sie sie mit sich im Reinen. Jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video über ein anderes Geheimnis, nämlich wie eine toxische Familie Ihnen schaden kann. Ist Ihre Familie toxisch? Mein Video gibt Ihnen eine Antwort. Klicken Sie es gerne in der Infobox an. Und hier ein Hinweis in eigener Sache, damit später keiner sagen kann, er habe von dieser großen Chance auf ein besseres Leben nichts gewusst. Wollten Sie Ihr Leben öfter schon verändern, gesünder leben, erfolgreicher leben, glücklicher leben? Aber dann sind Sie doch wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen? Meine 365-Tage-Challenge wird Sie garantiert zu Ihren wichtigsten Zielen führen. Ich begleite Sie jeden Tag, jeden Tag des Jahres, 365 Mal. Das sagen bisherige Teilnehmer. Diese Teilnehmerin schreibt, In den letzten Jahren hatte ich Stress und habe ungesund gelebt. Ich machte kaum Sport und ich aß ungesund. Doch seit ich jeden Morgen mit einem Ihrer Impulse starte, lebe und esse ich bewusster. Ich mache wieder Sport und ich mag mich selber mehr. Das ist ein tolles Gefühl. Danke dafür. Testen Sie meine 365-Tage-Challenge jetzt. Die ersten 14 Tage sind kostenlos. Danach gilt eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie. Es braucht keine Begründung. Mail genügt. Ich möchte sicherstellen, dass Sie wirklich von dem Kurs begeistert sind. Klicken Sie jetzt den Link auf dem Bildschirm oder unter diesem Video. Machen Sie mehr aus Ihrem Leben. Bleiben Sie mir treu. Schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle.